Roger Federer gestattet seinem Werbepartner Trevor Noah, wie er einst öffentliche Verkehrsmittel ohne Ticket benutzt hat. 15. Roger Federer und Trevor Noah für Schweiz Tourismus Christian Müller Redaktion Sport ohne Billett für die öffentlichen Verkehrsmittel genau das basierte Komedientrever Noah und Tennislegende Roger Federer im neuen Werbespot von Schweiz Tourismus. Was im Film gut läuft, eine Frau hilft den beiden Promis aus der Patsche und bezahlt ihre Reise, ist Federer offenbar es.